Bevor ich Daten in PIVO nutzen kann, die ich aus anderen Anwendungen importiert habe, muss ich häufig noch die Überschriften bereinigen, diese flachen Tabellenstrukturen für die PIVO-Auswertung vorbereiten. Das kann ich mit einem tollen Tool von Andreas Entenmann, Excel MVP und Betreiber der Webseite vba-codeschnipsel.de vba-codeschnipsel.de Hier gibt es ganz, ganz viele kleine Excel-Programmierungen, Codeschnipsel, mit denen man ganz viele Excel-Alltagsprobleme lösen kann und da unten gibt es dann auch diese Datei hier zum Download. Die Datei ist hier, der Code ist dann hier auch nochmal beschrieben und den Link zur Webseite gibt es dann auf teosblog.com vom 19. Oktober 2013. Schauen wir mal in das, was die Datei macht. Wir haben eigentlich drei Blätter, nämlich Pivot. Hier ist eine PIVO-Auswertung, die ist noch leer. Wir haben das Blatt Auswertung. Auch bei Auswertung steht, wird überhaupt hier dieses Makro, was wir gleich nutzen, wird dieses VBA-Stück ausgeführt? Ich sage mal ja. Und hier habe ich mal zwei Beispieltabellen. Ich nehme die eine Beispieltabelle, STRG A, STRG C, kopiert, gehe hier ins Blatt Vorbereinigung und kopiere das Ganze in die Zelle A1 hinein. A1, reinkopiert und hier sehe ich bei Wert Euro, da ist ein Leerzeichen. Ein Leerzeichen, ich klicke auf Auswertung, jetzt wird aktualisiert, weil der Optionsschalter hier gesetzt ist und ich habe jetzt hier die Feldnamen, die Überschriften dieser Tabelle, habe ich jetzt hier und da steht Wert unterstrich Euro. Ich gucke mal. Ja, also dieses Makro, was hier im Hintergrund läuft, hat automatisch die Überschrift korrigiert. Und bei Pivot wird der Datenbereich automatisch auf diesen Tabellenbereich ausgedehnt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier meine Analyse mit Pivot mit den Daten zu fahren. Ost, Süd, West, kein Nord. In den Daten 2, da ist dann Nord, aber kein West. So, hier ist keine Überschrift gesetzt. Hier ist ein Bindestrich statt einem Unterstrich. Gucken wir uns das hier mal an. Ich nehme hier die Auswertung. Ich sage mal nicht aktualisieren. Ich nehme mal die Daten hier raus. Ich markiere mal alles, drücke STRG-, alles rausgeschmissen, alles rausgeschmissen. Jetzt nehme ich die Daten hier. Daten 2, STRG-A markiert, STRG-C kopiert, bei Vorbereinigung in die Zelle A1 hineinkopiert. Ich drücke mal Enter. So, oder STRG-V. Und ja, ich sehe, hier sind so Häkchen vor. Hups, was ist denn hier passiert? Hier in dieser Spalte E, da waren überhaupt keine Zahlen, das waren Texte. Hier unten sehe ich überhaupt keine Summe vorgeschlagen. Und hier beim Rüberkopieren schon wird mir angeboten, ich habe mal markiert, über diese Hilfe, dass das Ganze in eine Zahl umgewandelt werden soll. Perfekt. Dann kann ich da auch rechnen. Summe 7000. So, und jetzt sind hier diese Überschriften. Und ich klicke mal bei Auswertung auf, ja, ich möchte jetzt die Aktualisierung dieser Daten einschalten. Gucken wir mal. Einmal rübergeklickt, einmal das Blatt wieder verlassen. Die Namen wurden aktualisiert. Und ich habe jetzt hier, dort wo keine Überschrift stand, Feld 2 stehen. Dort wo ein Bindestrich war, ist ein Unterstrich. Ach, gucken wir lieber hier. In den Daten direkt. Hier. Das war vorher leer. Hier war ein Schrägstrich drin. Hier war ein Bindestrich. Alles wurde korrigiert und bei den Pivot-Tabellen stehen mir genau diese Daten hier nun zur Verfügung. Und hier steht Ost, Süd, Nord, kein West. Überflüssige Einträge wurden entfernt. Super. Also, wenn Daten aus anderen Anwendungen kommen, bevor man die weiterverarbeitet, einfach hier in dieses Tool reinschmeißen. Und jetzt gucken wir auf den Code. Alt F11. Als allererstes bei dieser Arbeitsmappe steht Workbook Open, dass das Blatt vor Bereinigung aktiviert wird. Das ist das, wo die Daten in die Zelle 1 geschmissen wurden. Und das bitteschön auf alle Fälle der Haken auf Eingeschaltet wird, auf True im Tabellenblatt hier bei Auswertung. Im Tabellenblatt Auswertung. Das hier, falls der oben stehen sollte, nicht aktualisieren. Dass der auf Aktualisieren steht. Das ist das Erste. So, Schalter Nummer 2, Makro Nummer 2, im Tabellenblatt Vorbereinigung direkt hineinkopiert. Nämlich, wenn dieses Blatt verlassen wird bei Deactivate, soll die Prozedur Feldnamen bereinigen aufgesucht werden. Hier, Module, Programmierung, Feldnamen bereinigen. So, und da passiert der eigentliche Code. Nämlich, erstmal soll geguckt werden, ob überhaupt die Aktualisierung erfolgen soll. Guck in die Zelle B3 bei Auswertung. Schauen wir nochmal rüber. B3, das ist diese hier wohl. Ja, wenn der Haken hier gesetzt, ach so, hier steht es, ah, hier. Wenn ich hier also setze, wenn da, wenn das hier falsch gesetzt ist, wenn da ein Falsch sein sollte, soll er gar nicht rechnen, dann soll er aussteigen. Gucken wir nochmal in den Code. Bei einem Falsch-Exit-Sub. Also nur wenn er berechnen darf, soll er auch berechnen. Dann soll die Meldung optimistischerweise kommen. Wir hoffen, es passieren keine Fehler, dass die Namen aktualisiert wurden. Dann wird die Bildschirmaktualisierung ausgesetzt. Ganz unten wird sie wieder eingesetzt. So, da sehe ich auch, dass die Fehlermeldungen, nicht nur Fehlermeldungen, so Rückfragen, Achtung, das mache ich jetzt, wollen sie wirklich, dass die auf False gesetzt werden, hier mittendrin, damit ich nicht durch Meldungen gestört werde. Und was passiert hier? Hier werden Namen gelöscht. Hier werden Namen gelöscht. Die Namen werden gelöscht. Aha. Welchen Namen denn? Ich gucke nochmal ins Tabellenblatt. Hier habe ich einen Namen zur Auswahl. Filiale, Feld, hier das hier. Das hier sind diese Beschriftungen. Und damit ich hier vernünftig mit diesen Beschriftungen arbeiten kann, im Code, damit ich die ansprechen kann, haben wir hier bei Formeln, bei Namensmanager, diese Namen ebenfalls hinterlegt. Und dort sehe ich noch etwas anderes, nämlich Range-Felder, Felder. Und dieses Felder, das brauchen wir auch noch. Also es wird mit Namen benannten Bereichen gearbeitet. Und dass ich hier dieses gelbe Feld sehe, wo ich auswählen kann, da beziehe ich mich auf dieses Range-Felder. Das kann ich prüfen bei Daten, Datenüberprüfung. Und da sehe ich, der bezieht seine Daten aus Range-Felder. Aber das muss ja irgendwo bestückt werden. Und das passiert im Code. Im Code. Also erstmal wird es gelöscht. Dann wird gesagt, guck mal, wo du gerade bist, auf welchem Tabellenblatt. Weil dahin wird später einfach wieder zurückgekehrt. So. Und dann soll er Worksheet-Roh, Worksheet-Roh-Daten, soll er auf Sys-Workbook-Sheet-Vorbereinigung setzen. Also das hier sind die Daten. Das ist die Datenliste. Und also was ich hier aus einer anderen Anwendung ziehe. Und da soll er drauf gehen. Select. So, und dann soll er bitte schön gucken, der benutzte Bereich, wie viele Zeilen, wie viele Zeilen er hat, wie viele Spalten er hat. Und das wird in diese beiden Variablen hineinkopiert. Wie viele Zeilen hast du, wie viele Spalten hast du? Dann ist es nämlich für den Pivot-Datenbereich ganz einfach, wenn ich dort mit Namen arbeite. Das hier, das funktioniert nämlich auch bei alten Excel-Versionen, vor Excel 2007. Dass ich hier sage, der Datenbereich, der in Pivot aktualisiert genutzt werden soll, der bezieht sich von Zelle A1, also Zells 1,1 bis Zells, ja, so viele Zeilen, so viele Spalten, wie ich genutzt habe. Das sind die Informationen von hier oben. Und dann soll er noch eine Variable setzen, noch einen Namen, einen Namen, nicht Daten, sondern Range-Felder, das ist Zeile 1, A1 bis Zeile 1, wie viele Spalten habe ich mit diesem Namen, möchte ich noch gleich arbeiten. Nehme ich hier drunter schon gleich. Ich gehe gleich auf die einzelnen, ja, setze RNG-Seitenfelder auf diesen Bereich, gehe auf jede einzelne Zelle in diesem Bereich, jede einzelne Überschrift, das sind die einzelnen Überschriften aus dem Bereich der Überschriften, und gucke, ob das leer ist. Wenn es nämlich leer ist, dann schreibe dort bitte rein, Feld, und den Wert der Spalte, so habe ich Feld 2 da stehen gehabt, wäre Feld 5 leer gewesen, steht dort Feld 5. Dann schnappt ihr jedes Leerzeichen, jeden Bindestrich, jeden Schrägstrich, und wenn ihr einen siehst, macht daraus mit Replace, macht daraus einen Unterstrich. Also hier kann ich sagen, welche Zeichen werden durch welche anderen ersetzt. Ja, und das macht er einfach, tauscht die Überschriften hier mit diesem einfachen Code aus, und ja, dann lasse ich noch Namen festlegen, dass hier ein Name definiert wird, Create Names, Selection Create Names, das sind die, ja, das sind die einzelnen Überschriften, die über der Tabelle stehen, also da soll er den Bereich entsprechend markieren, aus den oberen Zeilen die Überschriften nehmen, aus Top, aus der oberen Zeile, und dann geht er aus dem Ganzen wieder raus, und so habe ich mit diesen einfachen Zeilen in Kombination, habe ich hier die Möglichkeit, Daten, die ich hatte, hier reinzuwerfen, die Überschriften bereinigen zu lassen, und ja, einfach durch Verlassen dieses Blattes, die Daten so zu bereinigen, dass ich sie in Pivot verwenden kann. Ich kann das natürlich auch nutzen als Dateivorlage, als Mustervorlage, dass ich mir das als XLTM-Datei abspeichere, sodass ich nicht immer erst alte Daten rausschmeißen muss, sondern so für frische Auswertungen gleich eine Vorlage habe, also vielen Dank nochmal an Andreas Entenmann, wir freuen uns alle auf Feedback, bis zum nächsten Video.